Moin Leute von heute, was geht ab? Jetzt ist am Start für euch. Ich glaube der Hype ums nächste COD ist jetzt endgültig ausgebrochen, meine Freunde. Fünf Teaser zum nächsten COD sind draußen und hier kommt der erste Teaser. Im ersten Teaser kann man noch nicht so viel hören und sehen, außer dass eine Stimme sagt, hör auf meine Stimme und jemand schließt die Augen. Also wird es so eine Art Hypnotiseur sein, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Man sieht einen Wald und am Ende noch einen Tannenbaum, den gleichen den man übrigens sieht, wenn man jetzt momentan Black Ops 2 startet. Lasst uns auch gleich mit Teaser Nummer 2 starten, dort sagt die Stimme dann wieder, also der Hypnotiseur, lasst deine schlimmen Erinnerungen und Gedanken verblassen und Friede sei mit euch. Man kann in diesem kurzen Teaser ein Mädchen erkennen, woran er vielleicht gerade denkt, ein Hubschrauber, Vögel fliegen, Soldaten, die marschieren, alles wohl aus seiner Gedankenwelt, woran er sich gerade erinnert, aber schaut selber mal kurz rein. Ist schon komisch, woran er da so alles denkt in der Vergangenheit und ich starte jetzt auch gleich mal mit Teaser Nummer 3. Dort zählt dir dann, dass die Stimme sagt, stellen sie sich was ruhiges und sicheres vor, stellen sie sich in einen gefrorenen Wald vor. Hm, komische Aussage, was mir gleich aufgefallen ist, dass ein Gesicht auf der linken Seite zu sehen ist. Keine Ahnung, ob ich mir das nur einbilde, auf jeden Fall sieht man dort am Ende noch Vögel, die im Blut stehen. Ich will da auch noch nicht so viel zu rein interpretieren. Schaut euch jetzt erstmal Teaser Nummer 3 mit Sound an und dann kommen wir auch gleich zu Teaser Nummer 4, der etwas anders ist, aber das werdet ihr gleich sehen. Vögel, die im Blut stehen, ein Gesicht eines Mannes. Falls mir nicht alles täuscht, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr da auch ein Gesicht erkennt auf der linken Seite. Für mich sieht es auf jeden Fall so aus. Wir starten jetzt mit Teaser Nummer 4. Viel Spaß. Ja, meine Freunde, wenn man dort nicht genau hinschaut und wenn man das Bild nicht verlangsamt und in Zeitsprümer ablaufen lässt, würde man dort gar nichts erkennen. Dieses Mal keine Stimme, die gesprochen hat. Bilder von Soldaten sind zu sehen, wenn man genau hinschaut, was das sein soll, das komische weiße Ding in der Mitte. Kann ich noch nicht sagen, aber vielleicht wisst ihr da ja mehr, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare rein. Wir starten jetzt mit dem letzten Teaser. Das ist Teaser Nummer 5. Im letzten Teaser Nummer 5 sieht man dann nur noch Vögel rumfliegen und in irgendwas rumpieken am Ende. Dann auch noch ein kurzer Hund oder einen Wolf zu sehen. Ich weiß es nicht ganz genau. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ja, das war es auch erstmal mit den ganzen Teasern. Ich bin gespannt auf mehr. Also, falls dann auch was kommt an Teasern, werdet ihr es auf jeden Fall auf meinen Channel sehen. Ich bin gespannt darauf, was uns da noch alles erwartet und was wir da noch gemeinsam entdecken können. Was uns vielleicht mehr zu Black Ops 3 verrät. Falls ihr irgendwas gesehen habt in den ganzen Teasern, was ich nicht gesehen habe, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare rein. Und wir können da so ein bisschen diskutieren. Jetzt zum Schluss noch das Logo aus Black Ops 2. Denn dort könnt ihr, wenn ihr Black Ops 2 startet, am Anfang so einen Baum sehen. Und wenn ihr da genauer hinschaut und das Bild so ein bisschen verändert mit der Farbe und so weiter. Dann seht ihr das Black Ops 3 Logo. Ist es das Black Ops 3 Logo? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Yes, es ist am Start für euch. Ach ja, und die Yes Army wird immer größer. Richtig coole Sache auf jeden Fall von euch. 6.000 Abonnenten. Ganz kurz vor 6.000 Abonnenten stehen wir. Ich kann nur sagen, abonnieren statt kassieren. Nicht vergessen meine Freunde, wir hören uns. Bis bald.